Norddeutscher Rundfunk 2021 Ich hab den Weihnachtsmann gesehen, James. Wirklich, ich bin ganz sicher. Also, ich sehe keinen Weihnachtsmann. Du siehst wohl mal wieder Gespenster, Sarah. Wie immer. Stimmt gar nicht. Es hat keinen Zweck, Norman. Wir haben ihn verloren. Wen verloren? Den Weihnachtsmann. Siehst du? Dann war er also doch da. Sei nicht traurig, Norman. Wir haben doch jetzt schon mehr Weihnachtsschmuck, als jeder andere in Pontypen, die jemals zuvor hatte. Aber, Mom, haben wir nicht noch einen Riesen-Weihnachtsmann? Nein, Norman, das war der einzige. Bestell doch noch einen. Doch nicht eine Woche vor Weihnachten. Der würde nie rechtzeitig ankommen. Und wenn du sagst, dass es ein Notfall ist? Oh, Hilfe! Notfall! Doch nicht so, Mom. Ich meinte am Telefon. Mom! Ruf Feuerwehrmann Sam! Oh, Feuer in Dillys Laden! Feuer im Sparpreis-Supermarkt, Sam! Wir hatten einen Anruf von Mrs. Prats. Und in der Bucht ist ein Mann über Bord gegangen? Halt, Sam! Was gibt's? Hier ist noch eine Meldung. In der Bucht ist ein Mann über Bord gegangen. Dann schicken Sie Penny mit dem Rettungsboot raus. Sehr gute Idee, Sam! Penny! Sind schon unterwegs, Sir! Da sind sie, Mom! Endlich! Schnell, Elvis! Das muss ein Kurzschluss gewesen sein. Stellst du erst den Strom ab da drüben! Wird gemacht, Sam! Das ist jetzt! Wie? 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 Sous-titrage Société Radio-Canada